ja nicht nicht schlecht wenn du mir nicht immer vor der Schnauze rumrennen würdest was hast du denn jetzt gemacht? Alter! Wo bist du? Hier! Kann auch nur noch 4, ne? Ja, dann, das reicht, dass man hier... Stopp-Ding! Hopp! Da muss ich die so rumrensetzen, ne? Ja, genau! Genau! So! So, eine Grenze dann schon mal hier ansetzen! So! Da! Hier! Hier! Ja! Ja, dann macht er da hinten das mit! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wie war denn jetzt noch mal? Ist das denn Stuben? So war ein, ja. Nur gekippt. So war das, wie war denn jetzt noch mal? So war ja. Also, falls du Druckplatten brauchst, halt auch gleich noch welche gebaut, ne? Jo. 63 Stück. Gut. Und 40 Falltüren. Davon muss ich aber gleich erstmal welche verbauen. Naja, dann haben wir das wenigstens fertig, weißt du? Oder? Lieber so, als wenn die halbfertig dastehen. Hm, ja stimmt. So, äh... Passt. Ja, wenn's passt, dann passt's. Das ist vielleicht draußen mal ein paar Blumentöpfe oder was da Rappen stellen oder so? Naaah. Keine Ahnung, man weiß ja nie. Wieso Picks? Ach, wir hatten hier angefangen mit den Blumentöpfen. Ja, was denn? War doch ne schöne Idee, oder? Zumindest nicht so langweilig. Schaut's dann aus. Oder nicht? So. Reste Utensilien kommen in der Kist. Jo. Blöcke... Start... ... und... 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 ... ... So, jetzt müssen wir mal die Blöcke rüberbringen. ... ... ... ... ... Das ist so wunderbar! Ich muss jetzt nach unten erstmal. Mal? Na, Redstone und alles mehr runterbringen. Also Redstone haben wir jetzt noch 23. Was hältst du eigentlich, wenn wir ne Überdachung über die Terrassen machen? Hm, ja. Ach so, ich hab irgendwie viel Eisen hier geklaut. Ja, Halmsteck. Ach, Fackelneife. Aber guck mal hier. Kommt um bisschen Blöde, ne? Ja. Du kannst es ja offen lassen. Bloß halt oben zumindest ein Dach rüber. Würde ich sagen, oder? Hm, schön. Was ist da gelandet? Oder? Na doch, das haben wir halt... Du kannst ja noch die Stufen rausnehmen, die übrig waren. Das sind jetzt genug übrig. Da hab ich noch mal weggebaut. Na klar, super. Ich mach Rechtsklick und die Töne gefunden. Aha. So, schönen Regenbaum gehen. Hm. Ah, Zombies-Pawner? Nein! Ah, ich will nicht machen, ob sie das wegwerfen! Wieso kommen da jetzt mit meinen Külen? Ah, wir sind totlegen! Oh, ich will nicht mehr so ein paar. Ich muss da überall ne Fackel drauf sein, damit da keiner rauskommt? Keine Ahnung. Ich glaub schon. Kakaobohnen, äh... Redstone, Sattel und Eime. Warum hab ich da so viele Eime gemacht? Ich geh sowieso jetzt hin. Ich nehm die Kisten gleich mit. Schaltplatte! Ja. Den können wir vielleicht benutzen, weil der ist ziemlich nah am Haus. Der Spawner. Ja. Ja, das war alles XP-Form oder so ähnliches. Sag mal, wieso bin ich jetzt eigentlich nach da oben gekommen? Wie soll ich jetzt eigentlich wieder rauskommen? Ah, ich glaube, nein, ich weiß es nicht. Doch, könnte sein. So, 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 könnte sein. Abzweihung übersehen oder...